Und das Ding nochmal durchblättern, 8 old men up in the tower, 8 old men only one with power, turn away from the hand with the sword, count 7 and find your reward. 8 old men up in the tower, 8 old men in the tower, 8 old men only one with power, only one with power, turn away from the hand with the sword, turn away from the hand with the sword. Einer hat wahrscheinlich einen starten in der Hand. Von dem aus 7 bis 7 zählen, also 7 abzählen und dann sein Wurm bekommen. Mastery of Water requires that you return to the ways of your beginning. For 9 months you lived in water and then were born to a world of air and earth. You have forgotten your past but we will teach you to remember. Put away mortal fools of breathe and discover the way of the sea. Do not walk a path with your limbs. Instead, allow your body to flow within it and become part of it. Until you have gained full mastery of water, return to the air. Oh, adapt and cherish the problem in time you will feel the warm influence of water. ... Medrallin, Azawand's interest of necromancy, has not diminished despite his banishment. His study of the black arts continues at his spire in Dayport. We fear that these experiments with the reanimation of rats and insects will lead to more disturbing deaths. He was even endeavored to recruit other and accrochets to recover the Book of Ash. The Book of Ash must remain a thing of the past. Azawand's ambition has blinded him to this and he has proved himself a threat to our existence. His expulsion has only made him more resilient. It is the decision of an inner circle that greater measure be taken to correct this matter. Okay, so here in my opinion there is nothing nearer. What do we have to stop? Do not let fear control you. Especially the enemy. Oh, no.... Und wenn du stimmst in unserem... Stimmst in der Tanzsaal. Deine Mutter! Der trifft halt die Tür, ne? Puff! Ach, jetzt sind wir hier, wo ich den Typ da oben... abmurksen musste. Genau. Keiner, da? Hier haben wir noch ein Papyrus. Okay. Okay. Die Tower Tower ist also überflutet. Deswegen hätten wir uns wahrscheinlich für unser Breathing Potion kaufen können. Our keep must remain... ... 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 Jetzt sind wir wieder hier, ok. Jetzt sind wir wieder hier. Ok. Jetzt sind wir wieder zurück. Klingt auf jeden Fall schon mehr viel versprechend. Also Heimatland. Komm wieder zu. So, hier ist er wieder dicht. Die Verteidigung, die man in Dietrich aufregt. Ekelhaftes Geräusch. So, und das ist definitiv so ein Boot. Wo unsere Schritte gut hören können. Was ist denn hier schönes? Noch ein paar Pyrusen. Ja, na gut. Magier sind sehr lesefreudige Menschen. Ne, das hat wohl schon. Na egal. Geht man eh nicht mehr durch. Welcher Intruder? Oh, der kommt rein. Komm mir nicht zu nahe. Ich hau dir da auch mal ein, ey. Wie er so tut, dass er dann... Oh! Bam! Es musste jetzt schnell gehen, sonst hätte er sich sofort wieder umgedreht. So, ich glaube jetzt haben wir hier unsere Ruhe. Alter, was ist denn das für ein Turm? Ist ja ehgelhaft. So, hier kommen wir mit Sicherheit nicht mit Dietrich rein. Ja, und hier brauchen wir jetzt wahrscheinlich irgendeinen scheiß Schlüssel, den es in irgendeinem scheiß anderen Turm gibt! Guck mal hier rein. Aber hier raus. Ach, oh Gott. Ich musste mal einen Schlüssel. Hauptsache diese ekelhafte Geräusche hören auf. Meine Fresse. Das hat nichts mit Atmosphäre zu tun. Ach, das ist... Aha. Das ist das Central Tower hier, wo wir gerade rausgekommen sind. Und von hier aus geht's in... alle anderen Türme. Guck mal an. Dann gehen wir erstmal Erde. Ah, hier ist natürlich ein Wachpusten. Ich kann es nicht hören. Wahrscheinlich nichts. Ich kann es nicht hören. Ich weiß, ob wir die Tür vor den Nasen zu gehen. Ich weiß, ob wir die Tür vor den Nasen zu gehen. Wie kommt es doch mal raus? Wie kommt es doch mal raus zu. Was ist das denn? Klasse! Irgendeinen scheiß Schalter drin? Ein Knöpfchen irgendwo? Vielleicht eine Lampe? Gut. Auf jeden Fall kein Bug. Schlagen können wir die Tür ja. Dann geht die wahrscheinlich über irgendeinen Mechanismus ab, den wir von hier aus nicht bedienen können. Dann gehen wir halt mal... Ach nee, Border ist überschwemmt. Kann man gucken, wie weit wir kommen. Mal gucken, ob er auch so doof ist. Ich weiß nicht, was rauskommt. Ja, er ist noch. Sehr schön. So! Jetzt wird den verstecke ich jetzt lieber mal ein bisschen hier oben. Mach doch natürlich nicht, nein. Move, move, move! Puh, nö. Das war überhaupt nicht so ein komischer Schatten. Das sind wahrscheinlich überall knapp 2 Waffen pro Türmchen. Erst der Eingang auf der anderen Seite. beziehungsweise jetzt gar keinen Eingang auf zum nächsten Element finden wir da vielleicht die ganzen Schlüssel hier stand ja da bloß der Erdschlüssel Grafikpack so dann sind wir bei der Luft angekommen das ist mir zu heiß jetzt kommen wir gleich der Bogenschütze so bam zapp zapp da kann man auch nicht rein wir können mit keiner Türen interagieren das ist mir bisher auch noch ein Rätsel was wir da machen müssen um diese zu öffnen so er kommt gerade hierher heißt es mal wieder warten dann warten und warten warte ja ich weiß so der Bogenschütze kommt auch sehr schön so so kann man auch nichts machen was 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 dann müssen wir tun guck mal der Himmel ist so schön ne haben sie damals schon gut hingekriegt nein das ist natürlich der HD-Patch HD-Patch in Anführungszeichen den ich da drauf gespielt habe dass das ganze ein bisschen runterläuft und es läuft auch ganz gut jetzt mittlerweile so so hier kann man auf jeden Fall noch nichts machen die Türen einfach nicht aufgehen hierbei da oben kann man auch noch nicht rein da müssen wir hin was sind das hier das ist ja Feuer das ist Feuer oder warte mal ich trage einfach mal den Typ da die Nähe von der Tür vielleicht ist das ja wie so ein Scanner der sagt ah guck mal der ist Feuer der darf weißt du vielleicht ist es ja so ich weiß es nicht das ist natürlich genau auf der anderen Seite das ist natürlich genau auf der anderen Seite